Moin Moin und herzlich willkommen zurück zu Let's Play 4.2 Ja, jetzt mit dem ganz neuen Mikro. Ja, ich habe es schon wieder getauscht. Es ist jetzt das T-Bone SC440 irgendwie sowas. Das ist wohl ein Großmembraner. Und ja, man hört wohl noch ein ganz kleines bisschen Rauschen im Hintergrund. Das ist aber mein PC, der leider ein bisschen laut momentan ist. Ich weiß nicht wieso. Ich hoffe, es stört euch nicht. Und ja, wir machen einfach mal weiter. So, übrigens wollte ich euch, warum ich jetzt hier direkt im Interface bin, beziehungsweise im Hauptmenü. Ich wollte euch hier mal den Hintergrund zeigen. Der verändert sich hier anscheinend immer pro Abschnitt, den wir betreten. Ist vielleicht gar nicht mal... Ja, sieht schick aus auf jeden Fall. So, wir machen mal weiter. Replika Scharfschützen haben Leuten an Stocks... Achja, das hat man ja schon. Da waren wir jetzt gerade auf dem Weg, zu helfen, was jetzt noch zu helfen ist. Ähm... So, ich höre mir das eben nochmal kurz an, ob das jetzt auch von der Mischung her in Ordnung ist. Und ich würde sagen, wir sehen uns gleich. Tschüss! So, da bin ich wieder. Passt also. Ja, super. So, jetzt können wir aber offiziell weitermachen. Ich habe jetzt mal geguckt, ob so ein bisschen geschossen nebenbei... Geht einigermaßen. Also kann man mich gut hören. Christian ist unterwegs. Ankunft in 5 Minuten. Stähl sekarang. Jumei, komm her. Ich bin Schüler... ÄH... ÄH? ÄH... So... auch das hat das ist wieder ein Witzbold hier sieht aber nicht gerade schön aus gibt's im Fernsehen was war das ja kommst du rein kommst du raus war so ich hab grad gedacht die Wände stürzen ein okay dann zuck mal nicht komm ich jetzt hier rein da ne ah ok da zieht aber viele treppen hallo wo aus meinem Zielpunkt hin Dankeschön ich weiß aus drei Metern noch nicht wirklich schwer guten Tag Treffer du wirst los rennen wo bist du denn Schnucki ok da vorne nein wo denn ach da komm her das war gar nicht knapp so ok oh ja ja ich bin dabei ne so oh Gott oh ich wette der braucht nur noch einen Schuss aber denk gar nicht erst dran zu schießen so ist die Olle wo na gut ah speichern ja das ist gut so komm ich jetzt noch da rein dass ich irgendwie jawoll weil ich bin auch ein verdammter Nob in Distanz Sonny Sonny kriegst nix wow boah war der schlecht gescriptet habt ihr das gesehen der läuft an mir vorbei guckt mich noch blöd an oh Gott hallo du bist immer festgenagelt alte so so jumei der Turm ist ausgeschaltet cool ne ja sie stürmen das Gebiet ich muss weiter kann ich bleiben alles klar ho rein ne oh skam da war aber noch einer ach ich finde die Waffe so geil oh na 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 wo muss ich jetzt hin muss ich da oben bleiben muss ich unter oder oh Gott ich weiß es nicht ja ich denke mal ich muss runter ach ja Taschenland habe ich auch nee ich wollte ja mal ein paar mal benutzen ne ich geh hier rein sieht mir nicht gerade freundlich aus hallo ne ich geh zurück tschüss ach scheiße ja gut tschüss 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 ja tschüss jo moin Freunde habt ihr mir was mitgebracht ich glaub du brennst na gut na gut oe jetzt wieder hoch was hat das für einen Sinn nicht wie runter oha ah siet Scharfschütze oh was ist der blöd man Komm, du das Gipfchen hoch. So. Wo muss ich hin? Wo muss ich hin? Ich weiter. Ich hab so keine Ahnung. Oh. Nein. 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 Springen? Ja. Okay. Nee, von hier bin ich schon gekommen. Was soll denn der Quatsch? Oh Mann. Oh Mann, ey. Was ist das denn? Ich mach mal wohl ein bisschen leiser, aber es kommt mir gerade ein bisschen laut vor. So. So. Ich hoffe, das klingt jetzt für euch besser. Hä? Wieder speichern? Das ist ja irgendein Quatsch. Ich hab so keinen Plan. Geh da rein. Nein. Ich will da einfach nur nach Hause. Ach, da geht's auch um. Ach Mann, ich bin so blöd. So. Der speichert aber oft, fehlt mir gerade auf. Jetzt zweimal erinnern von gefühlten 10 Sekunden. Oh, natürlich springt der da nicht raus. Nein, wäre auch viel zu einfach. Wow. Da. Ganz erkannt. Da wohne ist noch einer. Oh, komm her. Hä? Noch einer? Hä? Da wohne? Ja, da. Ja, mei. Da geb ich ihm drei Kopfschüsse und der lebt immer noch. So. Guck mal. Hier. Was? Da ist ein Stuhl. Oh? Ähm. Hier. Zwangsverwalter. Rechnungen. Drohung. Rechtsanwalt. Lenzer und Partner. So. Ach, guck, guck. Moin, moin. Oh, ist meine Maus gerade scheiße. Ah, ja, jetzt. Jetzt. Jetzt will sie wieder. Oho. Der steht da einfach nur blöd rum und guckt mich doof an. Ich hab ein Bäuerchen gemacht, ne. Wo? Wo muss ich hin? Der steht ein bisschen im Weg, boah. Aber der steht richtig im Weg. Guck, guck. Einmal bitte aufmachen. Oder komm ich da ran? Nein. Nö. Es könnte ja so einfach gehen. Komm ich da irgendwie. Oh, Leute. Das ist aber schlecht gemacht. Aber hier hoch springen kann er, oder? Oh, ist das. Oh, ist das schlecht. Mein Gott. Wo muss ich denn hier hin? Ich hab's noch nicht im Plan. Ah. Aber ist denn immer da, wo die Gegner rauskommen, oder? Kluge Weisheit. Von dem? Von mir. Mach mal. Mach mal. So. Natürlich müssen wir in den Keller. Nein, wir gehen nicht raus. Nein, wir gehen in den Keller. In die Katakomben. Hier mit den Ratten. Habt ihr gesehen hier? Oh. Mensch. Oh, Leute. Ich muss mal pinkeln. Oh, diese gottverfluchten Ratten. Oh, Gott. Oh, Gott. Nur Musik wird wieder leise. Das ist immer so ein scheiß Zeitschmuster. Ach, nicht schon noch einer. Ich könnte kotzen. Der funktioniert aber nicht, oder? Na gut. Oder kann ich selbst ein Ding einschreiben? Ich hab keine Ahnung. Das sieht aber so aus, oder? Weil der so geöffnet ist. Hier. Da, ne? Dann wäre natürlich jetzt der Bringer, wenn ich da auch rein kann. Boah, ich schieße nur gegen Steine hier, ey. Das ist... Oh. Ich sollte am besten mal eine andere Waffe benutzen, weil das ist ja hier meine Bringerwaffe. Ja. Frister das Bösewicht. Hallo? Na gut. Dann halt nicht. So. Ach, Deckung. Stell dich mal nie so an. Oh. Ja, ich weiß. Ich werde hier von allen Seiten angegriffen. Fuck it. Ach, Mist. Falscht das. Na? Boah, wie ich die hier alle mit der Waffe fertig mache. Ist das lustig. Oh, ist das wieder lustig hier. Das ist ja... Mein Gott. Warum seid ihr so viele hier? Boah, ich kriege ich ja... Ich kriege ich ja... Kriege ich ja... Krätze hier. Dann nervt man nicht so rum. Boah. Da braucht man noch einer. Aber da kommen ja immer mehr. Leute, gib mir noch ein bisschen... Was haben wir denn hier? Amor. Tatsächlich. Tatsächlich kommen wir da rein. Boah, ist das geil. Boah, ist das... Das ist sogar mega geil. Boah, ich finde das gerade so affischarf. Pakete abfeuern. Boah, boah, boah. Boah, das ist so... Die pure Action hier. Wen interessiert schon Call of Duty, wenn man hier sowas hat? Boah, Freunde, wo war noch? Boah, ist das geil. Boah, das ist so geil. So von hinten wäre ich... Von hinten wäre es so. Boah, ist das... Boah, ist das... Boah, ist das geil. Ich glaube, ich muss noch mehr vordringen. Weil langsam meine Arme um die Stadmachierung... So, hier, da, ja. Boah, ich finde das gerade so affengeil. Das ist so genial. Das ist dann den Weg gleich gut gemacht. Ich bin gerade so scheiße mit dem hier. Juppi, Nase. Vor allem, ich kann auch gerade nicht wirklich viel sehen. Aber das alles so ein bisschen... Ja, ein bisschen geschwommen wird. Ach, der regeneriert sich von alleine. Boah, ist die Maschine geil. Boah, ich kriege gerade hier so ein Akasmus für den Krieg. Wo ist denn? Ja, Sprinten? Natürlich nicht. Ah, komm her, du. Hallo, Hanno. Hallo, Hanno. Ja, ich habe hier Munitionenfalle. Das ist gar kein Problem. Ich kann kommen. Ihr seid alle hier willkommen. Guckt mal hier. Kann ich eigentlich jetzt den Link auch nicht ausschneiden. Der ist wirklich kaputt. So, und einer. Oh, was ist denn da denn? Oh, jetzt hat's schon scheiße. Mega. So. Warte mal rein. Hier. Oh, das ist gerade so derbe geil. Das ist ein Rollbo. Achtung. Oh, es ist so... Oh, wie gesagt. Battlefield Call of Duty. Ihr könnt einpacken. Wir kommen 4-2. Oh, das ist geil. Ich weiß, ich sag da gerade zu oft. Aber das ist der Romaner. Wir müssen das jetzt auch mal ausprobieren. Oh, das ist geil. Vor allem, da sind die die Kriege. Oh, kommt der mit einer kleinen Sniple. So, ich glaube, jetzt muss ich hier raus. Endstation. Aber ich gucke gerade noch, ob wir irgendwelche Gegner sind. Oh, vor dem ich dann gleiche. So. Natürlich können wir das Tor nicht... Ja gut, ich steige ja schon aus. Das ist ja gut. So. Hallo? So sammeln wir am besten erstmal hier die Munition. Ja, gut. Das schreit der Hund drauf. Aber die Sniper will ich hier haben. Sniper, Sniper, Sniper. Sniper, Sniper, Sniper. Oh, hallo, Freunde. So. Dafür lasse ich... Hier kriegst du meine Pistole. Paketenwerfer. Ich will gar nicht... Was? EPA-Handbuch Nummero 2. Vertraulich. Elite Power Armor. Produkthinweis. Einer der innovativsten Funktionen der Elite Power Armor ist der ausfallsicherer Selbstreparaturmechanismus. Der kleinere Reparaturen während des Kampfes und größere Reparaturen an der Maschine im Schwermus durchführt. Äh, um Verletzungen während der Reparatursequenz zu vermeiden, wird der Pilot im Schwermodus entfernt. Oh Gott. So, Hinweis. Der Elite Power Armor Einheit ist nur für den Gebrauch durch Replika-Soldaten und Exoskelett-Piloten der Klasse B oder höher ausgelegt. Gebraucht durch unzureichend geschultes Militärpersonal, so wie wir. Zivilisten sind wir auch. Einigermaßen. Also, in dem Sinne, nein, in dem Sinne nicht. Oder Kinder. Ja, ein bisschen. Wird von der Airman Camp Technology Corporation weder empfohlen noch unterstützt. Okay. Yes. Yes, verdammt. Ja, Mensch. Hat der denn, hat der jetzt nur scheiß Raketenwerfer? Die blöde Kuh. Ich hätte einmal gern... Ich gehe wieder rein. Ich hoffe, ich komme damit rein. Oh, das wäre so geil, wenn ich noch reinkomme. Ich sehe hier nichts. Natürlich kommen wir damit rein. Oh, das ist geil. Oh, ich finde das Ding so geil. Ja, ich glaube... Oh, das ist eure Konkurrenz hier. Oh, das ist da. Oh, ich habe das dickere Ding hier. Oh, das ist ja noch einer. Oh, das ist ja noch einer. Blub. So. Freundchen. Komm, blöden... Komm, hier bloß nicht auf blöde hier ranken. Das bedeutet eigentlich gelb und was heißt rot? Ich glaube, gelb heißt... Wie Regengefahr und rot heißt... Holzgefahr? Kann das sein. Ich komme schon nicht und das raus, oder? Oh, ist das geil. Der kommt sogar hier drunter. Oh, ich habe es jetzt zum Dreißigsten mal gesagt und ich kann es nur wiederholen. Das macht so sehr viel Spaß. Ich habe es jetzt zum Dreißigsten mal gesagt. Ich habe es jetzt zum Dreißigsten mal gesagt. So, doch auf den Weg. Oi, co Kumpel. Ich habe mir Schenkel. Oh. Ich habe keine Norm ja. Ist aber gut hier, ne? Das Wustige ist, ich würde denen hier nichts tun, wenn sie mir nichts tun. Oh, wie ich gerade erwarte, dass es wieder böse wird. Oh, das ist so scheiße. Wie komme ich jetzt weiter? Oh, das flimmert gerade total. Seht ihr das? Tatsächlich. Oh, irgendwas geht ja. Oh, ich kriege gerade voll die Saitenkicke hier. Oh, mir krabbelt gerade. Oh, Leute. Ich muss pinkeln, aber richtig. Aber ich kann jetzt gerade irgendwie nicht aufhören. Ich werde quasi... Oh, hört ihr diese Hintergrundmusik? Dieses... Okay. Wo ist... What the fuck? Der wird so sterben. Der wird so kacklich. Der wird... Der wird abkratzen. Nee, nix helfen. Aber natürlich müssen wir irgendwie nach oben kommen und denen helfen. Ach, das war nur Griffin, der Hilfe braucht. Ich dachte, du wärst auch da unten. Ja, gut. Ich folg der einfach mal. Ja, drüben hab ich sie gesehen. Oi, 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 oi. Der wird so sterben. Jede Wette. Ja, das war's für Kuh. Warum soll's doch Überlebende geben? Aua. Ich muss bestimmt ein wenig wehnen. Oh Gott, Alma. Eigentlich diese Kuh hasse. Oh. Oh, hat die mich jetzt erschreckt. Scheiße, verdammt. Wo ist er denn hin? Was machen wir jetzt, Süße? Ja, alles klar. Lauf mal vor. Ja, ist so klar, dass ich... Oh, Mann. Er muss vor uns sein. Das heißt, da lang. Nicht nur du. Nee. Ach, jetzt geht's dir doch vor. Hat die Schnauze voll, wa? Ah. Was hat die gefunden? Mich schüttelt sie überall. Toller Arsch. Was? Äh, hey. So. Komm, wir gehen weiter. Faule Sau. Immer muss ich hier den Scheiß machen. Komm ich da. Nein. Lass uns hier raus, Beckett. Ja, du willst hier raus, aber wo geht's denn hier lang? Ich bin da wieder zurück. Nee, oder? Was? Nein. Oh, das ist mir grad so unsympathisch hier. Oh, das ist mir so unsympathisch. Wo willst du denn hin? Wo muss ich denn hier? Bin ich da? Nee. Aber hier oben da. Guck mal. Ja, egal. Ich hab so dermaßen wieder keinen Plan. Das ist so übel. Na, mich runter. Ich will hier weg. Ja, gut. Was ist denn los? Zeig mal nochmal, wo ist hier lang? Kaputt. Sieht auch nicht gerade nach der Lösung schlechthin aus. Guck ich da hoch? Was ist das denn? Ja. Strom. Ey. Na komm, dann gehen wir einfach zurück, wenn du sagst, wir sollen hier weg. Ach, wir kommen hier gar nicht zurück, oder? Scheiße. Wie geht's denn hier lang? Oh, Leute, bevor ich euch das noch weiter antue, ich mach mal kurz einen Schnitt und wenn ich was finde, komm ich wieder. Bis gleich. Ich sehe, wie denn da ist das Scheiße. Das ist ein Leiter hier. Wer soll da drauf kommen? Jawohl. Hallo, Freunde. Wie hab ich mich vermisst. Ja, wie geht denn euch? Alles klar? Wo ist Griffin? Er ist tot. Nee, ist tot. Oh, geht ja schon weiter. Äh, einmal hat Sergeant Griffin getötet. Sie konnten sie nicht daran hindern. Nun versuchen sie zusammen mit den überlebenden Teammitgliedern zur Wade-Grundschule zu gelangen und Colonel Vanek's Leute daran zu hindern, äh, Snakefist und Gainavive Arrested zu erreichen. Sind wir jetzt bei der Grundschule? Nein. Was ist da draußen passiert, Lieutenant? Ich habe sie noch nie so erlebt. Sie tötete Griffin. Wer? Erma. Sind Sie sicher? Ich bin mir über gar nichts mehr sicher. Sich mit angepissten toten Mädchen rumschlagen, hatte ich mir nicht vorgestellt. Dann suchen wir doch diesen Snakefist. Wir sollten uns hier aufteilen. Keegan, die Wunde? Sind Sie sicher, dass Sie fit sind? Ich werde es durchstehen, Lieutenant. Gut, also das hier ist Aufklärung. Fangen Sie keine Kämpfe an. Beckett geht mit mir. Boah, ich muss mal nicht alleine gehen. Wuhu. Dein Einsatzkumpel. Wir sehen uns später. Oh, weint, Alter. Zeig der Schlampe, wo sie lang geht. Was? Ich bin nicht schiefwärtig. Oh Gott. Oh, fucking shit. Natürlich kriegt er wieder sein. Was? 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 Süß, du hast ein paar Pillen, die kriegen Depressionen hier. Jawohl, Chef. Machen wir mal so. Wie lange habe ich jetzt eigentlich schon aufgenommen? ich müsste mir echt mal langsamer hier ich würde sagen was will er in einer grundschule lernen ein paar lehrer vielleicht haben wir ja vielleicht gibt es irgendwie scharfe lehrer wird oder sowas dass er da rein wird so ich würde sagen wir machen hier ein schnitt hat jetzt gespeichert ich habe so keine ahnung ich denke aber schon ich hoffe es ja gut wir machen hier schnitt und ich sag dann mal tschüss